ja das gibt's trinitas heldenmut ich brauche kein trinitas heldenmut lalalala gleich sind wir wieder raus so ihr zwei muss ich noch üben so wo haben wir denn da ist noch eins das ist ganz falsch ich kann mich daran erinnern ich bin ich im kampf wo ist der kampf nein schmeckt unseren stahl genau lass mich raten da im turm nein okay das kann ich aber jetzt nicht gebrauchen steckt ihr fest oder habt ihr beschlossen euch nicht zu rühren ich bin wirklich ich bin wirklich ich bin wirklich ich bin wirklich Champions-Punkt da. Müssen wir auch noch neu verteilen, ne? Oh Mann. Hä? Das ist nicht das. Ne. Gut, wie kommen wir da hin? Quatsch. Quatsch, was mach ich denn? Ich muss da hoch. Da lang muss ich. Ich hoffe, da komm ich durch. Aha. Okay. Ach. 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 Wir sind unser Neuerhaus. Ist das da? Müssen wir alles noch leihen? Wo sind wir so? Wer ist denn da vorne? Da waren gerade wahrscheinlich schon die anderen, ne? Da ist er noch. Da ist er noch. Da? Ne. So. Erstmal ganz kurz gucken. Äh. Den kann man aber noch nicht umändern. Ne, ne? Gut. Brauchen wir auch ein bisschen. Und das da. Der ist noch. Können wir noch ein bisschen was machen. Das heißt, wir können ja eigentlich jetzt. Warte. Wo bin ich? Ist das da? Ist immer ganz gut, wenn du da bist, ne? Na? Wo bist du wach? Äh, äh, großer Starter. Weg ist er. Mhm. Den haben die gerade eben erst gemesselt, glaube ich. Das ist nicht gut. Aber muss halt sein, ne? Ah, ja. Ja. Ihr löscht den Orden nicht aus. Ewige Wachsamkeit. Da ist er. Yes. Yes. Gut. Dann können wir jetzt hier weg. Ach so, ja. Mhm. Dann würde ich sagen... Wadenfell. Wie weg. Die 87 gönne ich mir. Da wird erstmal ein bisschen was verkauft. So. Und den legen wir ja noch nicht an. Ähm. Genau. Erstmal verkaufen wir aber alles, was wir nicht brauchen. Gibt es irgendetwas, das ich für euch tun kann? Äh. Ach so, ne. Quatsch. Ich brauche einen normalen Händler. Tut mir leid. Du? Ehrlicher Händler! Vertraut diesen! So. Gut. Dann haben wir also. Aufwerten. Dornenherzriemen. Ja. Ja. Nicht mal gut. So. Dann. Äh. Edel. Quatsch. Nee. So. Was soll denn der sein? Was ist denn bei denen... Obwohl. Warte. Die Vines. Die Vines. Ich guck mal gerade, wie unser... Gehen wir erstmal da weg. So. Wir gucken mal gerade. Göttlich. Göttlich. Verzauberung. Verzauberung. Maximale Ausdauer. Verzauberung. Hm. Göttlich. Mhm. So. Äh, 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 äh. Nein, hier. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Der Riemen. Wir tragen den ja noch gar nicht. Wo ist der Riemen? Äh, der Riemen. Äh. Verzaubern. Ne, wie geht denn das? Warte mal. Wie? Schneidertisch. Was geht da? Aufwerten. Verwerten. Herstellen. Ich hab's auch eben gemacht. Ich bin doch nicht doof. Ähm, ja. Wie geht das nochmal? Ich bin gerade ein bisschen doof. Also wir haben den hier. Ja. Nein. Ne, 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 ne. Äh, warte mal. Es wird ja nicht hergestellt. Wie verpasse ich dem ein Crate? Da ist er doch schon. Mhm. Aha. Ne, unrufsstränglich will ich nicht. Den. Warte mal. Damina ist ja richtig. Verzauberung? Ja. Ich werde. Verkaufen und verkaufen. Hier und jetzt. Den hab ich ja schon. Warum auch immer. Den gerade ein bisschen. ein bisschen. ein bisschen. Also. Change. Trade. Wieso. Wieso. Beste Waren zu fairen weisen. Ah. Wie geht das? tack. Hier bekommt ihr nur die vorzüglichen WOODRUFF. Aha, dann muss ich zum Statt der Uhrwerke echt. Zauberung ist ja seltsamerweise schon richtig. Warum auch immer, ich verstehe gar nichts, aber egal. Ja, lass mich jetzt mal hier raus, so. Ich such mal hier Transmutation Station. Messung fest in der Stadt der Uhrwerke, okay. So, wo genau ist die? Wahrscheinlich drin, oder? Ich liebe Städte, die unhöflichen Leute, der Lärm, das Chaos. Ist es komisch, dass ich das tröstlich finde? Weg da. Hier? Hier? Äh, hä? Moment nochmal. Ja. Dann muss ich ihn göttlich ändern. Nein. Nochmal, was ist ... äh ... Dawn Headstream, genau. Ja ... göttlich ... Ja, ist das richtig? Ja. Super, dann ist er jetzt göttlich. Super. Verzaubert ist er ja aus Gründen, die ich nicht kenne jetzt schon, vielleicht weil er es war. Was ist? Warte mal. Ganz kurz Dornenherz riemen ... göttlich ... maximale Ausdauer ... Alles richtig. Okay. Dann ist der fertig, ne? Aber jetzt ... jetzt wird das Interessante kommen. Wir gehen hier raus. Und jetzt kommen wir zu dem, warum wir den überhaupt brauchen. kommen wir hier raus, ist das raus, ne? Hier ist ein normaler Händler, ne? Wir fallen euch meine Preise nicht. Ne, wir haben ihn nicht hier. Wir gehen hier ... Ich weiß nicht mal mit nem normalen Händler. Da hinten ist einer. Da oben. Damit wir ... Achso, warte mal. Bevor wir das machen ... Hier bekommt ihr die besten Preise. Mhm. Beste Ware zu fairen Preisen. Sperren bitte. So. Ne? Weil wir wollen ja nicht ...